Das die Realität erschüttert. Interdimensionaler Herrscher. Was total, was total, was total gämliches anstellt. RAPID! Nicht, auch nicht aus unserem Universum. Ich glaub, ich glaub, ich glaub Solo. Aber bitte was! BANG, 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 BANG! Ich meine alles! Bis das, bis das, bis das wirklich alles! Für immer! Neu, neue Partner! Schmiedes, 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 schmiedes! Oh nein, nein! Wenn du den Schmied... Ewige... Ewige Kreisler... Doch nicht! Wenn du nach Hause... Und die Sprecher... Ist das so... Das ist nicht. 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 Ja! In meinem Universum zählen Beuteldachse zum Ungezieper. Man beseitigt sie wie Stubenfliegen. Oh, wie modern. Erzähl mir mehr. Manche halten sie als Haustiere, aber ich finde das ekelhaft. Ich bevorzuges Spinnen. Ja, Spinnen sind elegant. Und haben so viele Beinchen zum Ausreißen. Oh, wie gemein. Oho. Unser kleiner Pfiffi hat den Heimweg gefunden. Schläfen wir sie an. Die Sicherheitslaser aktivieren. Es reicht. Ich lasse mich nicht von einer Flohrschleuder besiegen. Zeit zu sterben. Nein. Ich zerquetsche das Insekt. Nein. Nein. Ich zerquetsche das Insekt. Dollar. Ach. Ah, fluchte. Bandicoots. Coolts.